Wir haben am letzten Mal die Freude-Festierung gemacht und die ganzen Freude-Festierung zu Ende gemacht, wo kann es sein, dass es ein Problem ist, ob sich mal alles zu buchen. Das ist wichtig. Und hoffentlich wird bei euch dabei. Die Freude-Festierung und die Freude-Festierung ist ein Problem. Die Freude-Festierung ist ein Problem. Die Freude-Festierung und die Freude-Festierung ist ein Problem. der Freude-Festierung sind ein Problem. Denn die Freude-Festierung ist ein Problem. Jetzt kommen wir wagen hier zu erzählen, dass er nicht mehr ist. So, Reveilion. Ich fühle die Mauer fallen. Das ist nicht so schön. Das ist so schön. Reveilion Reveilion Professor Weasley, Sie wollten mich sehen? Allerdings, wir haben nicht mehr gesprochen, Seite. Ich weiß, dass Sie Professor Fick sehr nahe standen. Hogwarts wird ohne ihn nicht dasselbe sein. Nein, wird es nicht. Aber er würde sicher wollen, dass wir weitermachen. Und er wäre beruhigt, wenn er wüsste, dass die Zukunft der Welt der Zauberei in Ihren Händen liegt. Vielen Dank, Professor. Es war ein großes Jahr für Sie, in und auch außerhalb von Hogwarts. Es gab viele Gerüchte. Sie hätten ein Grabhorn geritten, sich mit einem Kobold angefreundet und Hippogreife gerettet. Dass Sie es sogar geschafft haben, Professor Blacks Hauselfen zu helfen. Woher wissen Sie? Das haben Sie! Das haben Sie! Ich bin froh, dass Sie in Miss Sweeting eine so gute Freundin haben. Schön, dass Sie mehr Kontakt zu Ihren Mitschülern aufnimmt. In letzter Zeit wurden in der Nähe offenbar schmerzergesichtet. Wenn man den Zentauren glauben darf, stecken zwei Hogwarts-Schüler dahinter. Ich bin nicht sicher, worauf. Schon gut, nicht der Rede wert. Was ich gerne besprechen würde, ist Ihr Zaubererhandbuch. Darf ich es sehen? Natürlich. Was sagen Sie, Professor? Sie waren eifrig dieses Jahr. Ich sehe hier Fortschritte, aber ein großer Teil des Handbuchs muss noch vervollständigt werden. Zum Glück haben Sie noch Zeit, um sich auf die ZAGs vorzubereiten. Von dem Moment an, als Sie zu spät zur Einführungsfeier hereinstürmten, hatte ich so ein Gefühl, was Sie angeht. Ich bin froh, dass mein Instinkt mich nicht geträuscht hat. Wenn man bedenkt, dass Sie erst seit einem Jahr bei uns sind und bereits Ihre ZAGs ablegen, das ist schon erstaunlich. Vielen Dank, Professor. Für alles. Gern geschehen. Ich bin schon gespannt, womit Sie Ihre restliche Zeit bei uns wohl verbringen werden. Die haben Papierstücke gezogen. Das brauchen wir leider jetzt. Das ist ein bisschen. Alohomora. Reveilijon. Ich bin ein Wettbewerb. und dann ich nicht nicht die sind sind nicht oder sein ist nicht oder doch Reveilio. Alohomora. Reveilio. Wir sind nur noch zu öfter. Alohomora. Reveilio. Reveilio. Der Setzling hat wohl die mächtige Eiche entwurzelt. In dieser Metapher sind sie heißer Gäste. Und Renro? Achir. Reveilio. Reveilio. Ah, dann werden wir mal weg. Alohomora. Ach, sind zehn. Aber immer noch. Reveilio. Achirant. Reveilio. Die Blarge bezüle für die Zohra? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 So. Das war's für heute. Das war's für heute. Rebellion. Das war's für heute. Rebellion. Rebellion. Das war's für heute. No! Bo disco! Un placer será transitada,ído por todo esto. ¡Vamos a trading a San Pegasus! ¡ Natomiast – no está neumon! Reveilio Alohomora Was haben wir denn hier? Ein Reveilio Du gehörst mir Demi-Guys Reveilio 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 Reveilion. Ich meine, da gehören... Reveilion. Aber die wurden ja gering. Reveilion. Ja. 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 Reveilion. Ja. 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 Allerhomora. Reveelio. Du gehörst mir, Demi-Guys. Reveelio. Du gehörst mir, Demi-Guys. Reveelio. So du bezügend warst, dass du kein Unbestmahl entdeckt hast. Peter Wangenwein ist schon gefallen. Genau, wo wir das jetzt gemacht haben. Wo ist es möglich? Reveelio. Reveelio. Hubert. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Das haben wir auch kaum. Rebellio! 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 Das war's für heute. Kompringung! Rebellion! 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 Oh, nein, nein, glaube ich. Ich bin der Wälder. Rebellio. 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 Alles aufmachen, alles aufmachen. Das wird natürlich nicht so lang. Lumos. Jetzt ist es voll. Wenn es eine letzte Verlust ist, dann wird es wohl etwas wärmer. Ja. Ah, komm. Flasch. Lumos. 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 So. Lumos. 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 Lumos.